Das Leben war unglaublich gut zu mir. Ich komme jetzt ganz einfach und verhelfen. Ich habe sehr viel und sehr hart gearbeitet und mir dadurch einen gewissen Wohlstand erworben. Nun möchte ich der Gesellschaft gerne etwas zurückgeben. Ich suche kein Amt und keinen Titel. Aber mein Gewissen sagt mir, dass ich meine Erfahrungen und auch finanzielle Mittel einbringen soll, um etwas für bessere Strukturen in Österreich beizutragen. Ich habe hier keinen Einnutzen. Meine Belohnung wäre ganz einfach, wenn ich weiß, dass Österreich eine gute Zukunft haben wird. Ich bin wirtschaftlich und politisch unabhängig. Ich bin zum Glück sehr gesund, habe sehr viel Energie und bin jetzt 80 Jahre jung geworden. Ich habe im Leben sehr viel erfahren. Es gab Zeiten, wo ich hungrig war, weil ich kein Geld hatte, um mir etwas Essen zu kaufen. Das hat tiefe Eindrücke hinterlassen. Im Laufe meiner Karriere war ich im Aufsichtsrat von Banken, Krankenhäusern, Universitäten und verschiedenen Sozialorganisationen. Dadurch habe ich Einblick und Verständnis für das Leben und die Gesellschaft bekommen. Back to knife.